Hallo all of my love! Hallo Leute! Liebe Freunde! Hallo! All of my friends, fans! Also ich habe jetzt das Hotelzimmer bekommen, ja? Also Ressortszimmer bekommen. Ich zeige euch mal wie es aussieht, ja? Also wenn man reinkommt, hat man ja hier so aufhängen. Auf der rechten Seite. Auf der Seite gibt es so Staubsauger und so, ja Leute. Hier ist eine Tür. Dann machen wir die Toilette auf. Die Toilette getrennt vom Bad finde ich sehr sehr gut. Gehe es als nächstes rein, dann ist mein Bad. Badesimmer meine ich. Das sieht gut aus. Ganz grosser Spiegel. Gefällt mir gut. Bam! Leute, wuuu! Heizung. Und hier ist der Duschrahmen. Wenn man Curly dabei hat, kann man zusammenduschen, Leute. Nackig, ja? Nackig zusammenduschen. Sieht ganz gut aus. Also das Badesimmer sieht so sehr gut aus. Und wenn man raus geht, hat man eine schöne Küche. Schön gestylte Farbe, ja? Machen wir den Kühlschrank auf. Der Kühlschrank ist groß. Gefriertruhe. Kann man ein Getränke kaufen. Hier im Backofen. Kann man was backen. Schau mal, hier oben ist noch ein Schrank aufzumachen. Und hier macht man die Tür auf. Gläser. Besteck. Kann man Party machen, Leute. Hier nochmal Putzmittel. Und dann noch irgendwas hier oben. Und da ist hier ein Herd. Genau. Kaffeemaschinen. Toaster. Ja, kann man selber pflegen, Leute. Und hier ist eine Spülmaschine. Perfekt. Gute Markart. Mülltonne. Hier sind die Töpfe. Pfannen. Und hier nochmal Töpfe. Pfannen. So. Der Eschtisch. Ich bin alleine. Aber guck mal hier. Kann hier fünf Leute oder mehr Leute sitzen. Party machen. Hier ist der Couch. Mit Sessel. Und gegenüber so ein riesen Fernseher. Fernseher ist größer als mein Fernseher zu Hause, Leute. Ja. Riesig. So. Gehe ich in mein Schlafzimmer. Hauptkannenbett. Gefällt mir immer gut. Ja. Und da sind Schränke. Betten. Fernbedienungen. Und hier im Schlafzimmer habe ich auch noch ein Fernseher. Toll, oder? Draußen im Fernseher. Schlafzimmer im Fernseher. Perfekt. Und die Schränke. Kann man ja alles noch reintun. Wenn es Schränke gibt. Ja, so sind Aufbauschränke. Muss ich nicht aufmachen für euch. Hier. Tisch, Tischlampen. Sehr modern. Sieht sehr gut aus. Gestylt. Die K-Farbe gibt mir gut. Im Winter gibt es auch Heizung hier. Hier Heizung. Fernseher. Alles. Internet gibt es hier auch. Okay. Hier im Fernseher. So. Jetzt geht man zum Balkon. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Kippen wir in so ein Balkon. Raus, Leute. Wuhu. Da sind mehr. Jetzt kann vier oder fünf Leute hier sitzen. Aber ich bin ja allein. Daher reicht mir ein Tisch. Und ich schaue, wann das aussehen, Leute. Wie geil ist dieser Blick. Party, Leute. Aber hier. Hier. Es gibt keine Party. Erholung pur. Ja. Da können die Leute spazieren. Ja. Mit dem Fuß so ist. In das Haus. Wenn man auf den Balkon reingeht, schaut ihr nochmal hier. Sieht gut aus, ja. Sehr, sehr gut. Und nochmal. Und nochmal. Das ist ja größer als meine Wohnung. Zuhause. Das, oder? Das ist ja größer als meine eigene Wohnung. Okay, all of my love. Das ist mein Erholungs auf der Nordsee. Zimmer, meine ich. Ich gucke mal, was es im Essen gibt. Hier, zeige ich euch, das ist dieser Resort. Boltenhagen, die Beach Resort, ja. Das ist auch mein Schlüssel. Okay. Das war's, Leute. Bye, bye. See you in the next video. Ich gehe jetzt ein bisschen spazieren durch ein frischer Luft. Mehr, mehr Luft. Und dann ins Bett. Bye, bye.